Guten Morgen, es ist 7.30 Uhr in Puerto Ayoda und ich bin gerade auf dem Weg zum Tortura Bay. Es sind ca. 2 Kilometer und so schaut es hier aus. Also ich bin jetzt beim Tortuga Bay. Es ist auch schön hier. Ich bin jetzt beim Tortuga Bay. Also Tortuga Bay lohnt es auf jeden Fall. Die halbe Stunde Fußmarsch von Ayurah Bay ist es definitiv wert. Man sieht Duanas überall. Felikane stürzen ins Wasser und fischen. Kleine Haifische habe ich gesehen. Und es ist perfekt zum Surfen auf der einen Seite und einfach nur zum Baden auf der anderen Seite. Wunderbarer Strand. Einer der schönsten Strände. Vielleicht sogar der schönste Strand, den ich je gesehen habe. Der Kaktis hier, der nennt sich Opuntir. Seht unten aus wie ein Baum. Wenn man weiter nach oben geht, dann sieht man, wie ein Kakt ist. So, jetzt bin ich auf dem Weg zu Las Crietas. Also man muss erstmal ein Taxi nehmen, ein Wassertaxi für 80 Centravos. Rüber auf die andere Seite. Und dann muss man noch ca. 10-15 Minuten laufen und dann kommt man zu Las Crietas. Und dann? Dann? Hier gibt es jetzt noch so einen Zynik-Path, wo man Las Criatas entlanglaufen auf der oberen Seite und immer wieder runter schauen. Schaut total schön aus. Empfehlenswert ist es, Wasserschuhe mitzubringen, Schnorchel, genug Wasser, was zu essen und auch eine Weile hier bleiben kann und mit den Wasserschuhen kann man eben dann über die Steine klettern, die immer wieder kommen, um wirklich bis zum Ende von Las Criatas schwimmen zu können. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.